UNTERTITELUNG 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 Man kann auch musikalisch sein, wenn man die Atmosphäre trifft, nicht immer nur die musikalischen Strukturen vertanzt. Ich bin ein Mensch, der unglaublich allergisch ist, wenn ich spüre, es sitzt, es bleibt still, es bewegt sich nicht. Nie bequem, nie sicher, nie zufrieden. Manchmal wüte ich auch. Manchmal habe ich einfach Freude. Ja, manchmal knall ich schon was an die Wand. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, ich bin Künstler, was ist das genau? Genau. Man muss immer stochern, dass es wieder Flammen gibt, dass man es wieder mit etwas anderem füttert oder dass man es ausbreiten lässt. Das ist ein gutes Sinnbild, glaube ich, wie es sein muss als Kunstschaffender. Es geht um Seele, es geht um Poesie. Und trotz allem Drama, trotz allem Schmerz ist da auch immer die Hoffnung. Es ist ein bisschen wie in der Natur. Es ist halt selbstverständlich, dass da alles nebeneinander ist, sowohl das Leid wie die Freude und fast gleichzeitig. Dieses Direkte, dieses Excitement möchte ich wieder zurück in die Oper holen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.